Gerade bei den Lippen, also Lippenaufbau, natürliche Lippen, ist es wichtig, dass man den richtigen Arzt hierzu findet. Dafür gibt es Kriterien, welche Ärzte das sein müssen und welche Voraussetzungen hierfür sein müssen. Es gab eine Umfrage im Jahr 2017. Der gute Ruf ist der entscheidende Faktor. Die Bewertungen, die man im Internet liest, sind ein Zeichen dafür, sonst hört man das von der Freundin. Er muss Experte in diesem Eingriff sein, auch für so einen Lippeneingriff. Man kann es nicht beim Kosmetiker durchführen, sonst hat man diese groben Lippen, die einfach nicht ästhetisch aussehen. Eine gute Beratung für trauensvoller Eindruck und der Facharztetail. Es sollte immer ein Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie sein. Ich denke, dann hat man eine gute Wahl getroffen.